meine damen und herren herzlich willkommen zu einer neuen episode für ein dauerer fantasy bin hier gerade durch die welt geschlindert und habe irgendwie eine traumlandschaft herausforderung angenommen die komplett random war und ja die wollte ich gerne mit euch teilen ich war hier noch nie drin von daher keine ahnung was uns hier erwartet okay das ist anscheinend so eine art memory ich jetzt mal behaupten das auf jeden fall schon das ist die gleiche sein okay das passt das passt das war das gleiche symbol das war was glaube ich das gleiche es geht auch noch auf zeit sehe ich gerade jetzt müssen wir gehen hier das war auch vorne das war außen und dann noch die breiten geschafft oder sehr sehr cool okay in 80 sekunden abschließen wer ich habe nicht gesehen dass es auch dass es auf zeit geht aber das war so ein komplett random event in der oberen welt quasi also in der ganz normalen welt und ja das wollte ich einfach gerne mit euch zeigen und bedanken mich fürs zuschauen fürs mitmachen und wir sehen uns in der nächsten folge hau da rein